Die mit Geräuschen gehen aber nicht weg, ne? Dann fände ich ein Bumsen. Das ist die Windkörberche, erst seitdem die Scheiben getauscht worden ist. Zumindest nehme ich das erst seitdem wahr. Eigentlich muss ich sogar einen zweiten Gang mal gebrauchen. Ja, da habe ich hier von ihr auch noch unheimlich viel Zeit mit den beiden Kurven. Die erste kann man viel schneller fahren. Die jäte, umschne, nach dem Gang. Er ist die ganze Zeit. Ja, das ist das, was ich jetzt nicht. Das ist die nächste Zeit. Das ist die 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 Zeit. Also wenn es mal in der Kurve nicht quietscht, müsst ihr definitiv so langsam. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020